hey es geht weiter mit divinity original sin 2 kommt mit ins spiel so hier sind wir das letzte mal stehen geblieben wir waren hier in der höhle das war übrigens sensationell wenn ich das mal kurz könnt ihr mich eigentlich so gut hören ist es so guter sound für euch das übrigens sensationell da habe ich den händler ausgeraubt dann gab es hier ein kleines diplomatisches ungeschick mit doktor läste und dem du da quellen verstummt okay jetzt mal wieder reinkommen hier hier ist mein kollege also hier bin ich hier bin ich das ist mein helm findet ihr mich das ist mein helm zauberhut nee das ist der das der rote prinz okay das bin ich das bin ich doch viele haben gesagt wenn ich den roten prinz als zauberer mache sollte ich ihm auch einen zauberstab geben aber ich habe halt nicht so guten zauberstab sollte ich ihm hier zwei zaubersterbe nee ist auch quatsch oder schaden 6 bis 8 warum sagt er jetzt hier kein schadens auch 6 bis 8 oder was 4 bis 5 ich fand das echt ich kippe erstmal weiter in den bogen glaube ich hä okay was ist das eigentlich hals ring gut ich wollte noch mal ganz kurz kist ist leer ich wollte noch mal ganz kurz gucken das ist das schwert was ich gekauft habe geschenkt der natur fertigkeiten buch das kann ich alles nicht polimo a da unten da sieht man es erfordert polimorf 1 ich verstehe sag mal was ist denn eigentlich mit meinem wolf nicht genug quellen magie punkte quellen verstummt zaubern nicht möglich ich wollte noch mal in die höhle rein ich war mir nämlich nicht sicher ob ich hier schon alles durchsucht habe chill bruder man darf nur fässer öffnen wenn man selbst ein fass ist ich fasse es nicht hä hier war nichts mehr hier hinten meine ich nämlich da war ich nämlich noch gar nicht wo komme ich denn da hin indem ich die dinge aus dem weg räume oder wo bekomme ich das Das ist fast nicht dieses diese Kiste nicht irgendwie weg machen. Kriege ich Ärger, wenn ich jetzt hier... Oh, zack. Aha! So nehme ich. Das Giftschein... Kann ich jetzt... Okay. Was ist, wenn ich das Wasserfass hier drauf mache? Was passiert dann? Wie komme ich jetzt über dieses Gift am besten? Wie mache ich... Ha! Sehr gut. Was ist hier? Welche... Geschmolzener Zwerg... Ist das eine Waffe, die so heißt? Oder ist das wirklich ein geschmolzener Zwerg? Es sieht aus, als ob es wirklich ein geschmolzener Zwerg ist, eigentlich gesagt. Okay, ich spreche direkt mal hier ab. Was? Da ist ja auch schon der Ambush. Der Hinterhalt. Frösche. Giftige Amphibie. Okay. Wo sind denn die anderen? Äh... Oh! Oh! Oh, oh, oh! Gut. An den komme ich ja gar nicht ran. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich glaube, ich mache erst mal... Ah, da ist ja nicht dran. Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee war. Vielleicht muss ich auch schon gleich neu laden. Wir können jetzt einfach mal gucken. Aber ich habe... Irgendwie so... Frösche in solchen Spielen sind immer kein gutes Zeichen. Ich weiß gar nicht, was ich groß machen soll. 4 AP... Brauche ich allein, um... ...hier hinzugehen. Und da ist auch noch einer, ein blauer. Ah, sehr gut. Schön ihm noch den Rücken zu werden. Das wird gar nichts. Okay, geil. What? Well, well, well. Ich glaube, das war Leergeld. Okay, also da brauchen wir hier... ...zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, erst gar nicht... ...ähh... ...uns weiter mit beschäftigen. Wir kommen allerdings nicht zu diesen leckeren... Was ist, wenn ich... ...so was mache? Aha. Frösche... ...was viele nicht wissen, ist... ...frösche sind extrem dumm. Oh shit, da ist ja noch nicht mal was drin. Oh shit, da ist ja noch nicht mal was drin. Nee, 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 nee... ...was ist doch Quatsch. Nee, nee, nee... ...das ist doch Quatsch. Wie würde man das jetzt machen? Nee, das geht gar nicht. Ich kann nicht einfach hier irgendwie ein Seil. Wo muss man noch da hinkommen? Tilius sagt, Seil an einen Pfeil und hochschießen, das geht? Das glaube ich nicht. Das geht? Das geht? Kombinieren mit Bogen oder was? Nee, das ist Quatsch. Das wäre geil, wenn es gehen würde, aber ich glaube, das geht nicht. Solche Sachen habe ich immer mit Teleport gelöst. Wie teleportiert man sich denn? Muss man wahrscheinlich in eine besondere Klasse sein, ne? Ich sehe momentan wenig Möglichkeiten, ehrlich gesagt, da hochzukommen. Okay, wir gehen einfach mal wieder zurück jetzt hier. Kannst hier Stellen auf der Karte markieren, um später wiederzukommen. Ist das hier das? Du kannst dich nicht mehr holen. Du kannst mich nicht mehr holen. So. So. So, wir können mal Energie aufladen und so, ne? Zack. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder, warte mal, wo war denn das? Wir gehen erstmal wieder zurück hier in die Stadt. Die haben ja noch längst nicht alles gemacht. Wir sind ja direkt straight. Wir haben ja diesen Kampf hier gehabt. Geht's hier in das Zelt irgendwo rein? Geht's hier. Geht's hier. Geht's hier. Geht's hier. Geht's hier. Hm. Das ist ja jetzt schon wieder geklaut. Ich wollte einfach nur reingucken. Geht's hier. Geht's hier. Man ey. Dauernd werde ich... Nee. Komm. Hey, jetzt bin ich wieder hier. What the fuck? Nein! Welchen habe ich denn jetzt geladen? Oh, nee, ey. Gut, ich habe ja nicht viel gemacht. Komm, Felsbrock. Und jetzt waren da andere Sachen drin. Habt ihr das gesehen? Da war doch jetzt... Das letzte Mal war da so eine Lupe drin. Und jetzt war, glaube ich, ein Dietrich drin. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Okay. 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 Was hätte ich denn gerne? Natürlich die Pfeile. Die sind natürlich nice to have. Fallentschärferkit kann nicht schaden. Die Fertigkeiten. Ich habe es in der Schrappheat, nicht so lange vor. Wir kennen uns wieder in der Zeit, du weißt. Dallas und ich. Ich habe es noch nie zu sein, wie eine Wrensch-Head in der Zeit. Aber als sie die Ordnung hat, hat sie angefangen, um alle Fälle zu schaden. Sie schlägt mal. Willst du etwas kaufen? Oder willst du einfach meine Zeit mit vielen Fragen verbrauchen? Für dich? Haha, nein. Das ist für mich zu wissen und für dich aus meinem Gesicht. Kau oder schau. Warte mal, wie habe ich das das letzte Mal gemacht? Genau, er spricht sie an. Und er schleicht von hinten und klaut, ob das wieder klappt. Was ist das hier? Wo ist der Messingring? Da. Was heißt dieser Balken? Ah, okay, wenn man zu viel stiehlt. Verstehe. Ich kann also nicht unendlich stiehlen, aber ich kann viel stiehlen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Amidst a crowd of screw- So. Wir nehmen auf jeden Fall den Messingring. Fallentschärfer. Okay, jetzt bin ich schon fast, jetzt bin ich schon fast fertig gestohlen. Lassen wir es erstmal dabei. Taschendiebstahl Fell geschlagen, wieso denn? Hat doch geklappt. Zack. Das war ja wohl super. Und was hast du denn? Jetzt könnte ich ihren Messingring verkaufen. Und was ist, wenn ich jetzt... Okay, warte. Ich muss hier... Wie gesagt, ich bin neu bei dem Spiel, Leute. Ich muss das alles erstmal ausprobieren. Was ist, wenn wir es jetzt umgekehrt machen? Er redet... Und... Er klaut. Ah, okay. Er kann gar nicht klauen. Okay. Was ist, wenn er nochmal klaut? Ich muss eure Taschen durchsuchen. Jemand hat sich meine Habseligkeiten davon gemacht. Ah... Natürlich... Schlecht. Aber was wäre, wenn ich die Waren irgendwie in eine Kiste gepackt hätte, schnell? Okay. Okay. Ihr sagt dann, es ist egal. Okay. Ja gut. Okay. Ich verstehe. So langsam macht alles Sinn. Also. Er redet sie an. Was ist denn eigentlich? Wenn ich das Geld nehme? Achso, ich kann nur 300, dann ist es schon voll oder was? Ah, okay. 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 Warte mal. Aber der Ring und... Es geht immer nur um den Warenwert. Also es ist eigentlich egal, ob ich jetzt 300 Gold klaue. So, komm, wir gehen einfach weg. Was? Ich wurde bestohlen, verdammt. Guck mal, jetzt merkt sie es. Das ist ja geil. Sie ärgert sich, weil sie bestohlen wurde. Ah! Schnell weg! Geh! Nein! Irgendein Hund hat sich an meinen Sachen gemacht. Ich muss euch durchsuchen. Wieso denn uns? Bei Reden fehlgeschlagen. Hat mal wieder nicht geklappt. Okay. Aber wie geil. Man muss also richtig weit weg. Man muss also richtig... So langsam kriege ich es. Check ich es, Leute. So langsam check ich es. Wir müssen ja mal wissen, wie das Spiel tickt. So, wir stehlen nochmal. Tschüss. So. Ah ja, doch nix. Wir haben es uns überlegt. So, jetzt gehen wir schnell weg. Gucken, wie weit wir weg müssen. Hier lang. Das jetzt geklappt hat? Das jetzt geklappt hat? Vara! Du! Du da! Du, du hast gerade gekommen, nicht wahr? Bist du... Bist du... Bist du ziemlich allein? Es ist nur... Ich habe eine Proposition. Was... Was, was sehr wert ist zu wissen. Aber es ist nicht nur eine Gruppaffäre. Ich brauche nur einen. Die grünen Punkte da. Zeigt das die Seltenheit oder was? Hier ist nur einer. Fertigkeitenbuch günstig. Hier sind zwei. Ach ne, das heißt, wie viel... Achso, das heißt, wie viel Aktionspunkte es mich kostet. Ich verstehe. Holy shit, ich habe einfach Lust, jeden hier zu bestehlen. Eigentlich wollte ich auch nicht mit dem... So, wir gucken mal, was ist mit ihr. Die sucht, oder? Naja... Wir gehen später nochmal hin. Okay. Ach so, was. Oder? Wer würde ich nicht? Ich habe einen, der sich mit dem Kunden ausprobiert. Die Sache ist einfach. Ich habe eine Artifakt, die ich euch nutzen kann, um zu teleportieren zu hier. Ich kann mich nicht mit mir mit euch durch. Ich kann es nicht mit mir selbst nutzen, aber... mit Ihrer Hilfe, wir beide können aus hierher raus. Es ist ein Artifakt, die ich mit mir auskaufen konnte, um mich zu teleportieren. Dann kann ich meine Artifakt zu nutzen, um mich zu entdecken. Das ist ein Lieblingsbund, aber das ist in eine sehr unbegründete Ort. Es hat einen Weg in einen Nester Crocodilien auf einer Sechluden Beach. Es ist Crocodilien? Hier, gib mir einen Mann und ich zeige dir, woher ich gehen. Ich bin froh, dass du so ein Geist bist. I never was one for Gorr myself But never mind I've got the plan And you've got the brawn Get that artifact And you and I are as good as free Go give those overgrown lizards What for? Okay Jetzt müssten wir Ehrlich gesagt will ich den wieder bestehlen Ich will den Zaubersprüche klauen Dazu Wenden wir Die bekannte Technik an Ah okay Offensichtlich zu viele Leute hier Okay Okay hier sind zu viele Leute Ist aber auch ein bisschen Unübersichtlich hier Ihm sagen Dass du als Echsenprinz Nur Melodien kennst Die dazu dienen Sklaven Wie ihn zu beherrschen Das Wissen um solche Kräfte Steht ihm daher nicht zu Wow Ich sollte Als mein Main Guy spielen Die Frau kratzt an ihrer Kehle Als ob sie kaum atmen könnte Wenn sie sich um sie kratzt an dich Rekognition flasht in ihren Terrifieden Augen Sie drückt ihre Hände von ihrem Throat Und beginnt hyperventilieren Ben 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 Miss Ivan Ben Miss Was Über die Anschuldigung Lachen Obwohl sie durchaus Zutreffen könnten Ihr sagen Dass sie sich nicht Fürchten muss Niemand hat Dich mit einem Vertrag Beauftragt Sie zu zwinkern Und ihr sagen Dass du gekommen bist Um die Sache Zu Ende zu bringen Holy shit Wen meint sie denn Okay Ich hab offensichtlich Eine gewisse Reputation Aber Das war gar nicht so schlecht Aber jetzt Kann ich glaube ich Nochmal Ne Dann Leute Achtung Boah plus Alter Das war zu wertvoll Das war zu wertvoll So Was ist die News Ihr habt aber 13 magische Rüstung Die ist ja geil Die will ich haben Aber so viel kann ich nicht stehlen Ich kann nur bis 350 stehlen Fertigkeit wo schockierende Mann Elektrische Entladung Blendende Strahlen Günstige Winde Okay Schnell weg Boi Schnell Komm Irgendwann wird sich rumsprechen, dass wir das ganze Lager hier beraubt haben. Ich sage es wieder einmal. Was hast du mit meiner Frau gesagt? Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter, Sam. Das ist die Wahrheit. Und du kennst es. Sie ist besser. So, was es? Ich würde mich lieber zu töten. Ich würde mich lieber zu töten. Ich würde mich lieber zu töten. Wenn sie meine Frau wäre, würde ich sie glücklich sein. Ein glattes Lager schlägt sich über Balladeer's lips. Sie ist niemals wie Sie. Oh! Ich werde mit Ihnen mit Ihnen. Der Mann schaut für einen Moment an den Körper an seinen Fuß. Dann schlägt sich zurück nach dem Kaffee, mit dem Hammer in Hand. Ich fühle mich nicht zu schlecht. Der Mann hat keine Decenze. Wenn Sie das nicht haben, Sie haben nichts zu leben. Vielleicht sind sie etwas zu tun, dann. Vielleicht wir hier stehen. Wir looten ihn. Das war aber echt... ganz schön cold, ey. Okay. Okay, hier geht's rum. Das ist ein bisschen unübersichtlich manchmal, das Spiel. Ich habe meine gute Augen auf dich, Frau. Ich bin schnell. Ich bin nicht gut. Ich weiß nicht, ob es kann sein. Wenn ich die Brücke rauskomme, was das ist? Ich bin schnell. Ich bin schnell. Pell und ich es so weit weggekommen, als die hollen Marseheben. Er hat seinen Körper zurückgebracht. Der nächste Tag. Die Hände weggebracht. Und ich sah es selbst. Ich habe nie einen selbst gesehen. Aber mein Freund da oben in Gors sagte, dass er aus dem klaren Skye ein Tag und alle Kinder unter dem Alter von zwölf. Ich weiß nicht, woher sie kommen. Aber ohne die Divine, es gibt nichts, was wir tun können, um sie zu stoppen. Okay, was sind das für Wesen, von denen die da dauernd reden? Oh, so this. A Delivery. Surely you'll have one. What a crumbling disaster. Scram, snakeface. Hey, you're a little light in your pack, ain't you, mate? Who could blame you with the garbage they got for sale round here? Why don't you take a gander at the goodies I got? Why don't you take a gander at the goodies I got? Stuff you won't find anywhere else in camp. Procured by special means. Let's just say, folks leave here, but they don't seem to take their effects. Maybe I happen to know where everything ends up. Okay. Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Komm her, komm her, komm her. Still on your feet, eh? Glad to hear it. Feel free. Only the finest, you know. Okay. Geile Rüstung. 524. Schild. Fertigkeitenbuch. Wurstmesser. 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 Die Rüstung hätte ich natürlich schon gerne. Ich hab keinen Bock so viel Geld auszugeben. Wurstmesser. Wurstmesser. War-Rationen, Dase. Lokrak, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Ähm. Und guten Abend, dir auch. Magischer Helm. Hm. Der kostet nur 100. Habe ich überhaupt schon einen magischen Helm? Ich glaube nicht, oder? So, komm. Verschlissene Hosen. Ich habe doch ein bisschen was, was ich hier anbieten kann. Ganz ein Schrott. Perhaps if those bleeding dwarfs did meek so much. Ein guter Schinken kostet nur ein Gold. Genauso viel wie eine Zwiebel. Was ist jetzt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? der Potato, aber nicht die scharpe kleine Knife, auf dem Tisch. Was? Wer fragt das? Er riecht, und hält die kleine Knife auf der Licht, zu sehen, es glint. Ich höre. Okay. Geht so. Unsichtbarkeitstrank. Oha. 475. 575. Hm. Ich kann dir nicht helfen. Wenn ich das hätte, wäre ich hier nicht, schüttelte Potatoes. Good point. Sie werden dich von deinem Sau. Nachtschade wird dich von einem Headache, auch. Wer ist denn der Elf Amüro? Hab ich doch irgendwo schon mal gelesen. Der da. Ich kann dir das wiederholen. Ich kann dir helfen, wenn du einfach... Ich kann dir helfen, wenn du... ...stattest. Schau mal, Elf. Dieser Knife. Cauchte ihn, zuhörte ich aus meiner Küche. Ich kann noch nicht sagen, wo er meine Schrauben hat. Es ist wie jemand, du mit einem Schlag auf den Rechten. Hmm. Das ist doch mal eine Ansage, dann sag mir doch mal, wo das ist. Kaked in mud and blood, looks up at you from the bottom of the cage. He holds his shoulder at a strange angle. Despite his condition, he appears eager for your attention. You... you... ...believe what he says? That I am a thief? Hm. Like most of us here on the island, in fact. Aren't you like me, looking for a way out? Some people... settle in. They don't go poking around in Griff's kitchen. They find a quiet place, wait their turn. Not you. You can get my name here. Take your time then. Smart. In this case, I think we help each other. Griff tells you, does he not? I take his supplies, but I don't take what he thinks. I do not have his oranges. I do not even see them. I tell you what I know. But first, I want to make a trade. I know a way out. I show you. And you... You help me out of here. I cannot die in this cage. Trust is all we have here. I do not counterfeit. I have... Honour. Okay. Finally. Progress. Griff releases me if he sees I do not have what he misses. We... You... Must find who steals them. After I am free, you are free. I see no one. In fact, I only hear the sound of Griff clearing his throat. You know how he does? Like so. For some time, I think Griff takes his own supplies. But I see the anger in him that he does not find it. He truly does not find what he seeks. Griff is a powerful man. Power is mysterious. In case you haven't noticed. Just... I pick the bases. I intend no harm. I want only some provisions. A bit of bread, a potato or two. Nothing, Griff should be loath to give. I need to escape and I have... You understand. Thank you. Okay. Also, wir müssen rausfinden... Hab ich das jetzt richtig... Da geht's übrigens rein. Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass Griff selber Sachen klaut? Okay. Okay. Okay, okay. Wir gucken mal weiter. Ja. Nichts zu sehen. bitte. Buter. Okay. gh. Okay. I'm getting ready. Nice to meet you. I ain't fit for this. You think? I was raised by the whip, and I'm not afraid to use one either, especially not in here. Joining up with Griff's the closest thing you can get to security around here. Family too. Till the Reds take you, anyway. There's a gap between what we want and what we can have, isn't there? Here more than anywhere else. She laughs. The sound fills the air like the ring. Now, wouldn't that be- Look, I have an idea. I know we don't know each other very well, but time is so short, and a connection is so rare. If we get out of here, will you meet me again in Arx? I have responsibilities here. I can't start running around outside the family. It just- It isn't done. But once we're out of here, none of that will matter. You'll meet me, won't you? Ah, of course, of course. That's silly me. I thought, eh, I'll never mind. Good luck to you, and, eh, I'll go back. Man, I want all these Fertigkeiten-Bücher, hey. Okay. Wo kriege ich denn eigentlich noch weitere Mitstreiter? What? What if I have left behind that Zumberg's? Who weet yourará? Who will you take it in middle of there? Der 아이�さん that's übrigorer. Whatever you know already have to do, Don't tell anyone, what you wanna try. Yeah, please tell us a moment. Anything on the soul? Let's go. Let's go to the side. What are you going to do with? I don't even know the floorline. acağız. Erma! Wo sind Sie, lieblich? Der Mann kann sich nicht hören und denken mit diesem Racket. Tag und Nacht, sie schreit nach dem Kind. Sie hören, Farah? Sie müssen das weg! Was passiert mit Ihnen? Sie braucht Hilfe, aber nichts, was ich kann geben. Das ist ein Kucka, das eine. Und zweit verletzt, sie nicht sogar zu schüren. Sie schreit nach dem Kind von ihr, verletzt von einem Vögel. Sie ist tot und verletzt seit einem Monat. Okay, der ist kalt als fuck. Okay, der ist kalt als fuck. Ein kleines Haar. Ein kaltes Haar. Ich bin Angst mit Wurzeln. Komplettlich Angst. Und niemand in dieser ganzen Kampen wird eine Finger zu helfen. Ich habe sie letzte Mal hier gesehen, drei Tage vorhin. Sie war mit ihrer kleinen Kugel, und ich warst die Tunik aus. Ich schreit von ihr für einen Moment, und sie ist weg. Sie hat ihre Kugel behind, auch. Es ist so ähnlich wie sie. Okay. 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 Okay, wir suchen Irma. eine Side-Quest. Alter, ist das groß hier, ey. Und jeder hat tausende von Texten. Das ist echt krass, das Spiel, ey. Ist hier schon... Oh! Ich muss schon Stunden in der ersten Location hier verbringen. Was habe ich denn in einem Eimer? da... Was ist für die Absatz actin bias? Bevor die Abwehr und die Abwehr gab es? werden sie in einem Eimer ein션eu Depot sagen... wenn sie sollte man sehen, ário. Ich habe noch 봤, wir sind... Warum habe ich das Wasserfass... Wo ist das Wasserfass? Nein, nein, bleib doch mal hier, bleib doch mal hier! Bleib doch mal hier! Hier ist das Wasserfass. Ey, das muss ja eine unfassbare Arbeit gewesen sein, dieses Spiel zu programmieren. Zu designen. Chiller. Okay, alle sind nett in diesem Spiel auf jeden Fall. Super nett, alle. Alle sind super nett. Okay, ich bin auch nicht nett. Fairerweise muss man das zugeben. Ja, ich bin auch nicht nett, Herr Schiff. Hier sind deine Karte. Du bist erst. Du schluckst an deine Hand. Drei Monarchs purplers. Eine Hand zu schlafen. Wichtig ist die Hand, Frischi. Unfortunately, zwei ist weniger als fünf, und das ist wie viele purplers ich habe. Ich denke, das macht mich der Winke. Ich werde deine Fie haben, dann. Just mein bisschen Spaß, Sharpie. Ich bin sicher, dass die Reden dir gesagt haben, dass niemand so lange ohne die Entfernungspfee bezahlen kann. Also, lass uns das einfach machen. Emptieren deine Pockets. Ich fürchte, hier wird es einen Kampf geben. Hm. Ich bin sicher, Wir könnten jetzt hier gehen ohne Stress, oder wir könnten das jetzt auskosten, dass er gerade so ein bisschen zurückrudert. Aber dann könnte es natürlich eskalieren. Aber wir können uns auch nicht einfach hier von jedem einfach dumm rumschubsen lassen. Ah, du hörst das, Leute? Diese Kuh hat Klaus. Let's try them out, shall we? Ah, du knew it. Es gibt einen Kampf. Na gut. Ob das so schlau war, I don't know. Aber jetzt haben wir einen Kampf. Bless the void of the time, unvertagen, devourous. Okay, at this time nach. show up, Mückenschwarm? What the fuck? Okay. Was machen wir? Bogen. Oder haben wir einen geilen Zauberdrachenglut. Flammenkegel. Sieben bis acht Schaden. Entzündet alle empfänglichen Flächen. Erzeugt dort, wo er landet, eine Ölfläche. Das finde ich gut. Bam! Und auch Pfeile hinterher. Ah, geil. Jetzt hat er sie aber auch komplett entflammt. Okay, okay, okay. Was passiert? Was passiert? Ich brenne. Was mache ich jetzt? Okay. Ich brenne. Ich brenne. Wie kann ich mich denn löschen? Habe ich irgendwas zum löschen? Flasche Wasser. Aber wenn ich es jetzt verzehre, dann trinkt das nur oder bin ich dann gelöscht? Hm, this is a problem. Wasserpfeil habe ich. Schießen. Auf mich dann schießen oder was? Hä? 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 Naja, ich habe ja keinen Bogen. Chad, ihr habt vollkommen recht. Ich glaube, ich hau den einfach um. But how? Gegner im Kampf. Platziere den Zeiger auf einem Gegner, drücke rechte Maussatz und will untersuchen. Wenn du das, desto mehr kannst du über dein Ziel erfahren. Aha. Ach, das ist ja interessant. Okay. Hat mich das jetzt AP gekostet? Zwei AP. Zwei AP. Kritischer Hinter... Er fehlt. Okay. Ei, 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 ei. Okay, 16 hat er noch. Ich könnte ihn, glaube ich, schaffen, wenn ich jetzt zweimal zuschlage. Neun. Und... Nein! Nicht genug AP! What? Wieso denn... Wieso hat das denn... Warum? Okay. Heimons. Nummer 1 Nummer 2 Was macht Ermutigung? Kann ich mir das angucken, was das macht? Da steht jetzt nur ermutigt, verbündet in deiner Nähe, aber was heißt das konkret? Nicht, dass irgendwo... muss das doch stehen. Okay, Chet sagt, Sarkusa sagt, es gibt zwei Mainstats auf jeden, das ist doch gar nicht so schlecht. Ich mach das einfach mal jetzt hier. So, dann können wir noch einmal zuhauen. Fast. Geil, sie ist einfach durch Blutung oder durch Feuer gestorben, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat es geholfen. So, jetzt ist wieder Erd dran. Brenndolche. Verschießt drei brennende Dolche auf Zähne, die jeweils eine Feuerfläche erzeugen. Da hab ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Neun bis fünf Erdschaden. Feuerschaden. Was hat der denn noch? Na, schon noch ein bisschen was. Was? Okay, brennt ja alles. Wieso hat der denn immer nur so wenig AP? Kann ich ihn wiederbeleben? Ja, ich hab sechs Rollen davon, okay. Wieso geht das nicht? Ja. Aber er hat jetzt keine Erfahrungspunkte gekriegt, oder? Hat er doch Erfahrungspunkte gekriegt? Ich weiß es nicht. Okay. 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 Okay, nice. Wir haben einen unserer ersten Kämpfe gewonnen. Er war ja nicht unser erster Kampf, aber... Was macht man eigentlich mit den ganzen Büchern? Ich hab das Gefühl... Und Schlüsseln und so. Die machen ja auch irgendwie einfach nur das Inventar voll. zuvor. Ja. Ich habeントen. Garnt. Ich habe 설�мент� kosztUNT. Bor acc Hern. Ich habe schon super gemquila. Ich habe total super gemmißes zurück. Aber hier sehe ich hart. Our Father, who presideth over us all. Poor Buyer. Greetings, child. I find myself in your so-called divine lands, yet I feel his absence, deep in my heart all the same. No disrespect, eh? I'm used to calling all the divine's offspring that way. Absent though our Father may be. Go well, my child. Well. Dem beklau ich jetzt mal ausnahmsweise nicht. Kann ich hier rein? Ne, nicht da hoch, nicht da hoch. Manchmal würde ich gerne die Kamera so noch neigen können. Wisst ihr, wie ich meine? So, was war es, uh... Okay. So, должны wir schauen. Okay, also hier, ich weiß nicht, hab ich noch was übersehen? Okay. Hey, Popo, hier kommt mich um zu schrauben, oder? Sie sind alle, die ich hinterher habe, nachher waren mit mir. Das ist so. Ha! Sie sahen einfach wie sie. Aber dann wieder, ich war noch nie der Beste. War ich hier schon? Da steht doch jemand. Bestie. Come on, you stubborn hunker Garbage. The dwarfs fingers clamp around a splinter chunk of wood, nailed to the skeleton of an old ship. His whole body strains with the effort of wrenching the plank free, to no avail. Du kennst diesen Knaben vorm Schiff. I'm saying, dass du dich freust zu sehen, dass er das Wrack verlassen konnte. Oh, das. Das wird nicht mein erstes oder letzte Roll auf einem verlassen Boot. Du hast es sicherlich gut gemacht, nicht wahr? Du hast das ziemlich sicher gemacht, was ich höre. Now, if you'll excuse me, I've got business to attend to. The dwarf spits into each of his calloused palms and rubs them together, before placing them both back on the plank and pulling. Bleeding nail must be... charmed or something. Go on then, give it a go. You grab the plank and pull. The rusted nail pops loose, and the plank promptly crumbles to pieces in your hand. Oh, look at that. Nice of you to finish the job after I, eh, loosened her up. He winks, and flips a gold coin toward you. It makes a long, high arc, glinting in the sun, and lands squarely in your hand. For your trouble. I suppose it were a fool's errand, thinking I could make something out of this heap, but I couldn't help myself from trying. He sucks a finger and holds it up to the wind, testing the breeze. Winds like these... she would have capsized before she reached the break. Well, on to plan B. He gives you a wry look, as though deciding whether to trust you. Aye, was planning to build me a raft and paddle off. I've got business north of here, in a town called Driftwood. Far be it from me to miss an appointment. Maybe you don't. He stands before you and pokes you in the side, seizes your shoulder with a great, strong hand. There's something of you, you know. You don't have to accept your fate on this bloody island. You can leave here. Get on with your life. Why don't we make a deal then? You help me get out of this place, and I'll do the same for you. Ah, it's the spirit. He lifts an invisible cap and bows with the grace of a courtier. Pleased to make your acquaintance. The name's... well, the name's dead and buried. What matters is what they call me. Beast. Well, that's quite the story now. Let's save it for a better day. Say when we finally make it off this damn island. Suffice to say, I'd at least be Captain Beast in better times. I'm out of a ship at the moment, though. Even a salty old dog like me has got to sweat and dry. Anyhow, we're a team now, so the me is not half as important. Let's get down to brass tacks. Fighting. I've been down the realm so often, it'd make your cabbage spin. And I picked up a few tricks along the way. Truth be told, I've grown fond of crushing and casting. A battle mage, if you like. Okay, but there's not so important as a team. What would it be? Interesse with someone with Muskeln? Erfahrung in Kampfkunst? Sagen jemand mit Finesse? Geschick? Arcane-Künstno-Agie? Haben wir schon. Muskeln wär doch eigentlich gut, oder? Kampf-Majer sind wir doch eigentlich. Muskeln und Sex. Ich habe mehr Muskeln als ein Inch, als die meisten haben in einem Meilen. Was hast du in meinem Meilen? Jemanden, der viel Schaden verursacht und sich gut verteidigen kann. Sagen, dass du jemanden suchst, der im Nahkampf zuschlagen, aber auch aus der Ferne Schaden wirken kann. Ein Vollstrecker suchst. Jemanden, der viel Schaden im Nahkampf anrichten kann. Ein Ritter wäre perfekt. Sagen, dass du nach einem Inquisitor suchst. Einem Kämpfer, der nicht von den dunklen Künsten zurückschreckt und seine Feinde gerne mit schweren Zweihandherren. Hämmern bearbeitet. Das finde ich klingt gut mit den Zweihandhämmern. Okay. Du kannst ja eine Gruppe aufteilen, indem du die Porträte der Kanada zueinander ziehst. Okay. Du kannst ja eine Gruppe aufteilen, oder? 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 Ja, wir werden dich noch noch bequipten. Bestie! Willkommen auf dem Team! Nice. Ich weiß gar nicht, wie viel kann man nehmen. Ich glaube 4, ne? Einer passt hier noch hin. Oh. Oh, who the fuck are you? Okay, wir werden halt einfach mal angegriffen. Warum auch immer. Erstmal buffen. Okay, ist weit weg. Ich habe nichts Gutes auf Distanz. Das. Wo sehe ich mich dann eigentlich, wie drehe ich mich eigentlich dann nochmal zum Gegner hin? Ich will nicht weglaufen, aber ich würde mich gerne zu ihm drehen, damit ich nicht immer von hinten angegriffen werde. Das geht auch bei XCOM und so. Oh, der ist nicht so schwach, der Typ. Sollten wir nicht unterschätzen. Okay, zu bänden. It's stabbing time. Soll ich nicht nos 2. Soll ich dich включ한? Auf Ärger hin, deinふふfatures! Soll ich schaue? Soll ich dir aprendert, was ich learned von里? Soll ich euch da gar nicht aufhör, was ist das S wreckage? Soll ich mir raus... unser neuer ist schon gut gut dabei auf jeden fall versteinert blockiert und verfehlt der ist ja super der zwerg jetzt gut 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 betäubt sehr gut 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 Viel Glück, Weidmannsheil. Aber wir wissen nicht, wer das ausgestellt hat. Okay. Plus 5 magische Rüstung. Der braucht alles, was er kriegen kann. Diese Pfeile, die ich jetzt hier habe. Niederschlagpfeil und Wasserpfeil. Muss ich die in irgendein Köcher tun oder sowas? Oder einfach dann aktivieren, wenn der mit dem Bogen an der Reihe ist wahrscheinlich. Okay. Okay. Aye, the giant takes notice of its charges. Ask away, Chief. Okay. 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 Muggle. Offensichtlich nicht. She gives you a long look. Maybe you ought to give those companions of yours another chance. Maybe they mean something to you after all. Used to be, I had a family. A husband. And a little boy. We were healers. Source was in our blood. Eine Heilerin könnte ich doch ganz gut gebrauchen. I couldn't stop them from taking my boys from me when they dead. Reckon they were cured. Maybe even released. Don't know why the Reds didn't take me too. Now I'm just waiting for him to call my name. Waiting and remembering. Her eyes sparkle. Kind of you to ask. Stefan. He was my little one. Smarter as a whip and no less wicked. And my husband, he was called Felix. He was an expert healer. Could fix a broken bone in a short minute. Im Sandplatz nehmen und zuhören. Na komm. She talks for some time about birthdays. About Felix's prickly beard. About the skunk Stefan once dragged home for a pet. Joy radiates from her as she remembers. She places a warm hand on your shoulder. What a gift to think of them. I'd like to give something to you too. A family recipe. One of Felix's best. He'd be happy to know it went to such a... A warm soul. Take care of yourself. Okay, nice. Ich hab irgendein Geschenk gekriegt, oder was? Oder ist das dieser Buff? Nee, der ist jetzt wieder weg. Irgendein Rezept hat sie mir noch geschenkt. Hm. Nein, du sollst hier nicht aufheben. Du solltest reingucken. Okay. Natürlich kann man kochen. Dann. Okay. 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 Ah, warte mal. Eine Sache will ich noch probieren. Was ist denn, wenn man nur einen so einen Fisch da rein macht? Ah. Interessant. Das ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Maul. Maul. Start from the beginning. Start from where you come. I see, I see. Now tell me more. Tell me what you do. Tell me what you- I understand. Now tell me how your story ends. A heavy burden to walk in a world that you no longer belong in. Take this rope. It is a gift. It is common. But it helps you lift burdens. It is nothing. Many fragments swell on my shore. Ich glaube, den muss ich bestehen. Giftpfeil will ich haben. Verstärken will ich haben. Kleiner Heiltrank will ich haben. Den Rest lass ich dir. Okay, nichts wie weg. Let's go, let's go, let's go. Ja, äh, tschüss. Komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Stark. Ganz stark. Das ist doch der Typ, der den Dings umgebracht hat. Was ist hier? Ich muss mal grad die Map aufrufen. Bosterd. Was ist hier? Höhleneingang. Amuro, ach ja. Okay, Griff. Wir haben ja einige Quests eigentlich gekriegt mittlerweile. Da sind wir reingekommen. Da war das Tor. Das war die Höhle. Hm. Hm. Rondrian sagt Elfe Quest. Ah ja. Dankeschön. Ah, hier werden auch tatsächlich diverse Vorschläge gemacht. Wir können den umbringen. Ich bin mit dir. Die Schmiede Nebora, zu der wollte ich noch mal hin. Die Frage ist, ob es jetzt safe ist, weil die habe ich ja bestohlen. Aber wir schauen mal. Ob sie noch Verdacht hegt. Was ist denn hier eigentlich gewesen sein? Hä, wo ist sie denn? Da ist sie doch. Amidst a crowd of screws, bolts and scraps of metal, the woman is manipulating a glove-like contraption. Und was bist du? Und was bist du für? Okay. Könnt ihr ja was abkaufen? Ab einer Beschwörenfähigkeit der Stufe 10 kannst du eine kolossale Champion Inkarnation beschwören. Ist mir alles zu teuer, ich kann doch jetzt hier nicht mein Geld rausballern. Ich muss ihr was abkaufen, ich kaufe diese Nadel. So. Vielleicht nur mal um zu gucken, ob das irgendwas triggert. Nicht wirklich. We used to know each other back in the day, you know, Dallas and I. Never knew her to be much of a wrench head back in the day, but once she joined the order, she started turning out all manner of oddities. She nods once. You're looking to buy something, or do you just want to waste my time with a whole lot of questions? For you? Hell no. Verdammt, ey. Was ist denn hier, wenn unser Prinz mit ihr spricht? Amidst a crowd of screws b- And whatcha after? A grin cracks. Sure thing. I ain't. Just seeing how it's made. She looks up. You're looking to buy something? Found it in the Scrappy Knots. I never knew her to be much of a wrench head back in the day, but once she joined- Oh, I dunno. She was a sweet soul. Quiet. Loved a family. Always people do change. Don't- She nods once. You're looking to buy something? Or do you just want to waste my time with a whole lot of questions? Magic and metal, like most of Dallas's designs. Metal keeps it locked. Magic makes it work. That's all I know. For you? Hell no. That's for me to know and you to get out of my face. Okay, I get nothing new from her. Aber sie gibt mir auch keinen Auftrag oder so. Ich find's ein bisschen strange. The woman looks up as you approach. What do you need? Ha, the hammer got you curious. Yeah, funny name for a girl like that. When I... She nods once. Clever, sir. No, I dunno. People do change. Gut, die hilft mir also nicht weiter. Immerhin hat sie vergessen, dass wir sie bestohlen haben. So, was haben wir denn hier noch für Leute? Lose. Hey, I know you. Lose, the dark-eyed jokester you met aboard the ship waves enthusiastically and dips into a mock elegant curtsy. Back then I was Madame Josephine Gribbles de Pube and you were Ifen Ben Mesd, right? Glad to see you made it. Nothing like a nice tentacle slap across the mall to set the tone for the week, eh? How'd you escape? Escape boat? I never even saw one. Guess I was knocked out cold. Naja, immerhin warst du nicht tot. Schön mal vor dich hätte jemand umgebracht. What about when you were in the water? Did you hear anything? I heard the same thing! Do you know what this means? It means I'm not the only. Lose's voice catches in her throat. The joy drains from her face. Her eyes lose focus and her whole body goes rigid. She is stock still, waxy skinned, her eyes dark. Grayish black veins run from her eyes down her cheeks. Hmm. Her head snaps to you mechanically. And her eyes lock with yours. Dark pupils dilated into gray light suddenly flashes back into her face. The gray veins drain to pinkish flesh. Anyway... What were we talking about? Ah, yeah. Yep. It was a shipwreck, alright. Not much more to say about it, I guess. Papa Joris used to tell me, Lose, he'd say. Lose, you ever find yourself in a sinking ship? Follow the rats. They'll find you a way out. Applies to a lot of situations, actually. Vermin tend to know what's what. Ah, it's nothing really. It's just... I'm just a bit... Well, a bit... Hospitable? Put it like this. You've never been a host, I bet. That's because you're an infested clump of leaves on the side of the road. That ain't bad, though. I'd give just about anything to be like you. But I'm a... A roadside inn. Red door. Flowers out front. Friendly lady at the door beckoning you in for half price. Like a godsdam gold star inn for the disembodied. Now isn't that just the question of the hour? I can't be sure just yet. I'll be surprised if it's a demon. Definitely not a sprite either. Maybe a spectre. But I wouldn't bet money on it. So, how are you enjoying the joy? Sagen, dass dich die Magister hergebracht haben, weil du eine Gefahr für dich selbst und die Gesellschaft bist. Sagen, die Unterkunft wäre außergewöhnlich. Das war wirklich ein Mistake. Dass ich alle umgebracht hab, okay. Aber als ich da Schreie gehört hab, wollte ich hingehen und gucken woher die Schreie kommen und dann hab ich aus Versehen aufs Boot geklickt. Weil ich dachte, dass ich mit den Leuten da drin interagieren kann und dann war ich schon dann alles automatisiert. Sagen wir mal so, auf dem Gefangenschiff ist nicht alles optimal gelaufen. Okay, wir kriegen lose. Was wollen wir denn? Verzauberer. Muskeln haben wir noch. Finesse. Verzauberer. Ist Lohse ein guter Verzauberer? Ich weiß das Gefühl. Muskeln haben wir jetzt den Zwerg. Magier haben wir den roten. Prinz. Finesse. Bodenarmbrust. Schlösser knackt und andere niedersticht. Taschendieb. Schattenklinge. Wildkling. Waldläufer. Metamorph. Mit jemandem, der sich in das verwandeln kann, was dem Kampf am meisten hilft. Das finde ich auch nicht uninteressant. Ein Metamorph. Ein Metamorph. Was wäre denn, wenn ich ein Heiler will? Was müsste ich nehmen, Chad? Verzauberin. Das Verzauberer heilen. Das Verzauberer heilen. Okay. Okay. Machen wir einfach mal nicken. Ich hoffe halt, dass es nicht zu nahe ist am Magier. Okay, man kann eh umskillen später. Okay. Bäm. Und die hat direkt einen Stufenaufstieg. Zwei sogar. Hagelschlag. Bäm. 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 Ah, interessant. Verzauberer ist Wasser und Wind und Magier ist Feuer und Erde. Danke, wowkeck28. Captain Orange schreibt Orange. Du solltest auf jeden Fall einen haben, der jedes Mal Glücksbringer-Skill. Das gibt Chance auf gute Items aus jedem Behälter. Aber überträgt sich das dann auch auf die gesamte Party? Oder muss ich dann immer mit dieser Person die Sachen öffnen? Okay, das ist... Dann mach ich das doch einfach mal. So, dann haben wir hier... Zwei Fertigkeiten. Hydrosoph. Erhöht den Wasserschaden. Jede Heilung von Lebenskraft. Das klingt doch gut. Dann brauchen wir auch immer noch Stufe 2. Das war's schon. So. So. Polymorph. Ah, guck. Das kenn ich ja nun gar nicht. verfügbare Fähigkeiten. Günstige Winde. Kontrollier die Kräfte. Erhöht dein Bewegungstempo und das deine Verbundeten. Günstige Winde. Günstige Winde. Ja. Günstige Winde. Necromande. 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 uns hier weiter vor. Das war die Butter. Da unten ist Griff. Da ist der Elf. Ah, so, hier ist noch diese Bodenklappe. Hier war ich auch, oder? Da ist die Höhle. Das war die. Okay. Tola, der Dornige. Das riecht nach Ärger. Zepp, 135 Stufe 5. Sie schiefst. Sie schiefst. Nevermind, der Wand nie da such eine Frage. Gut. Wer aides dich? Choose wisely. Whether you fail or succeed, you do not fight more than once. Das war vielleicht ein bisschen Sehr angeberisch Ich will alleine kämpfen Gegen 1, 2, 3, 4 Shit Ich dachte ich kriege irgendeine Belohnung Wenn ich sage ich bin the one Ich kämpfe alleine Und jetzt habe ich hier aber ein richtiges Problem Das wird doch nix Higher ground Shit der kann hier etwas Well Wer ist er denn Ja Das war richtig dumm Wow Ja okay Ich glaube das packe ich aber auch Nicht wenn ich Zu viert kämpfe Das erscheint mir doch Ziemlich schwer Can we get on with this already We will rejoin our comrades The old man looks you up and down And smiles Will you fight Can we get on with this ready Perhaps not But at times It is best to conquer that which repulse us Remember what I said We seek the one Das ist vermutlich nicht schlau Das ist vermutlich nicht schlau Ich kann nicht Ich kann ihn nicht beklauen Ich bin ein Stein Beachte mich einfach nicht Magister Schlüssel Magister Schlüssel Den nehmen wir mit Kommt Leute Wir verpissen uns Komm her Komm her Komm her Raus her Wir haben den Magister Schlüssel Leute Wo ist er Wo ist der Magister Schlüssel Da ist er Wo ist der Magister Schlüssel Wo ist der Magister Schlüssel Und er ist der Magister Schlüssel Und nicht Und du lief mir jetzt Wenn ich das Ich würde Ich würde sie nicht Ich würde sie Griff Ich 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 Okay Ich 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 Wir müssen nach wie vor diese komische Kiste finden. Mann, wir suchen doch auch nur. Hilde. Rabenstein, der klingt schon verdächtig. Ich habe doch jetzt ehrlich gesagt mit allen gesprochen, oder nicht? Wer fehlt denn noch? Bist du gesehen, Herr? Bishop Alexander und die Hammer selbst? Sie waren so nahe, fast in arm's reach. Was? Was heißt das? Der Mann schudzt mit der revulschung von einem Zehaut. Wo ist der Räusperer? Warte mal. Hier hatte ich doch auch mit irgendjemandem gesprochen. War das der Zwerg, der so geräuspert hat? Oder der? Oh, Heilzauber. Frostrüstung ist auch nicht schlecht. Klauen wir uns, Leute. Das geht. Kein Problem. Ne, warte. Erst müssen wir das Gespräch beenden. Nein, so. Und jetzt? Oh, Rocket Beans. Oh, ich kenne nicht. Warte kurz, ich muss klauen. Frost Rüstung. Regeneration. Nein, was? Alles gut. Und die 20 Goldtaler, die nehmen wir auch noch mit. Nix wie weg. Ich klau mich hier die ganze Zeit nach vorne. Klau dich nach vorne, ist hier das Motto. Man kann hier richtig schön klauen. Hier ist meine Party. Und bislang fast alles, was ich besitze, habe ich bislang geklaut. Ich habe immer mehr Items und immer mehr Geld, weil ich mich einfach weigere hier. Zu handeln. Wir haben verschiedene Quests. Unter anderem muss ich diesen Elf, der hier eingesperrt wurde. Und zwar wurde der eingesperrt von diesem Koch namens Griff. Angeblich wurden ihm Zitronen geklaut und das mag er gar nicht. Und wir wissen bislang nur so viel von dem Elf, sofern er uns die Wahrheit gesagt hat, dass jemand, der sich viel räuspert, wohl der Dieb ist. Und ich dachte eigentlich, ich kann jetzt gerade nicht zurück, weil ich da geklaut habe. Ich speicher hier nochmal ab. Ich befürchte, wenn ich jetzt hier zurückgehe, könnte ich des Diebstahls bezichtigt werden. Ach guck mal, Bestie redet hier immer noch mit dem. Vielleicht hätte ich das mal beenden sollen. So, und dann wollen wir doch mal hier reden. Hat irgendeiner, ich erinnere mich nämlich auch, irgendjemand hat hier geräuspert. Oh. Ah, Mist. Das ist der Typ, den ich bestohlen habe. Ich bin ja auf der Suche nach meinen gestohlenen Besitztümern. Keine Spur von meinen Sachen. Ich hätte euch wohl nicht so schnell beschuldigen sollen. Oh, ich verstehe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tja. Also, sei froh, dass ich dich nicht bestrafe für diese Beschuldigung. Unglaublich. Es war nämlich super clever, direkt die geklauten Sachen zu benutzen. Dann sind sie nämlich nicht mehr im Inventar. Tja, mit dem kann ich nicht sprechen. Wer war der Reusperer? War er der Reusperer? Mann, ey. Wer war sie? Vira? Okay, die ist völlig irre. Die ist ja völlig bekloppt. Oh, Alter. Was war das? Hier, das ist immer so ein bisschen unübersichtlich mit den Zelten. Ob ich die Kiste noch gar nicht diese... Ich muss die Kiste mit den Zitronen finden. Ach, das war ein Extra-Loot wegen Glücksbringer. Ah, geil. Das habe ich nämlich gerade geskillt. Okay, da ist nichts. Kiste leer. Gut, 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 gut. Also, hier oben war ich schon. Da war ich schon. Tja. Wo ist der Dieb? Gut, 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 gut. Palladier. 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 Gucken wir mal hier am Strand. Das sieht alles so gleich aus. Ich war hier, war ich hier schon? Habe ich hier nicht den Zwerg gekriegt? Oder ist das ein anderer Strand? Nee, hier war ich noch nicht. Spitz... Spitzsterz. Spitzsterz. Just as you're about to address the Lizard, the Red Prince bars you with an outstretched... This man is a dreamer. As you know, I need a word with him. You may wait here while I speak. Permission, indeed. He bids the dreamer stand up and pay attention, which he does in a groveling and awkward manner. The dreamer then chews and swallows a handful of drudenay leaves before slipping into a trance-like state. He falls asleep. To your surprise, the Red Prince lies down and follows suit. After about half an hour, they wake up and begin to discuss what they saw in their dreams. The Red Prince pinches the bridge of his nose in apparent irritation before turning his back on the jabbering dreamer. Lächeln und ihm sagen, dass du bei den Weisheiten, die er gerade erfahren hat, einfach mithören musstest. Sagen, dass du nicht wusstest, dass Echsen so viel Wert auf ihr Nachmittagsschläfchen legen. You receive a withering glance in response. A deserved bit of sarcasm, I suppose. But though this Stingtail fellow may be a less than stellar specimen in the firmament of dreamers, the dreams themselves proved to be quite elucidating. Turns out I'm being hunted by an enemy I didn't know actually existed. The myth-shrouded House of Shadows. The dreamers, though, they're on my side. And they visions of me on the throne. Of course it is. I was born with the promise of an empire, and that promise will be kept. But to keep it, I must find a second dreamer. A greater one. A more experienced traveler of the dream world. Bahara is her name. And she resides in the Swamplands east of the fort. So, let us make our escape and venture there post haste. Ja, klar. Nichts leichter als das. I know I could tell you all about Swampdreamers too, if I chewed that much Drudanite. Huh? What? But I was... It was... Please, tell me. Tell me. Hm. Why did you wake me? I was... And you smell of burnt hair and barren dreams. But I had the good reading not to mention it. Oha, ist das unser Dieb? Surprises? You mean the oranges? I suppose. Though I guess Mr. Griff is more upset about the Drudanite than the citrus. The Drudanite Griff cleverly smuggles into the prison, of course. Stuffed inside the oranges. You don't think he'd really be so mad over a little missing fruit, do you? No. It's not the oranges, but the dreams he's after. Same as I, though. I have the right. The responsibility. Drudanite, it makes you master of all you see when you sleep. The dreamer is not the play actor, but the playwright. It may be hard for you to understand, but my kind, we dream for the greater good. What we see can predict the truth, can even shape the truth. But we need Drudanite. 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 Du brauchst das Drudanite, um jemandem das Leben zu retten. Ihm sagen, dass seine Absichten vielleicht gut sind. Diebstahl an einem solchen Ort aber folgen hat. Er muss aushändigen, was er gestohlen hat. Sagen, dass Griff Blut sehen will. Du die Identität der Exe jedoch schützen wirst, wenn er dir das Drudanite aushändigt. Also mein Intelligenzwert ist, glaube ich, höher als mein Finesse-Wert. Intelligenz 11. Na gut. Das gibt sich nicht so viel. Vielleicht sollte ich dann lieber... Nein, komm, ich bleibe bei der Wahrheit. Ha! Überreden erfolgreich. Sehr gut. Du Schwein. Nur damit du träumen kannst. Take the oranges. The Drudanite. That is. I'll find another way. The Drudanite. Ich hab the Drudanite. Verschleunigt. Zündung. Geistesfrieden. Und wieder mal... ...hab ich als Felsblock gestohlen. So, und dann benutzen wir das gleich hier für unseren Pyromanten. Zack. Sehr gut. Ungewöhnlich große Orange. Von meisterlichen Echsengärtnern am Äquator angebaut. Öffnen. Da ist eine Drudanite. Eine verbotene, extrem abhängig machende Substanz. Die bei Menschen Bewusstseinsveränderungen hervorrufen kann. Oh nein. Ich hab eine Idee, Leute. Ich hab eine Idee. Wir machen voll... Oh. Ne. Das ist ja geil. Warte mal. Jetzt hab ich noch eine Idee. Okay. Jetzt nehmen wir ihn. Stellen ihn hier hin. Moment. Ihr solltet auch alle schleichen. Könnt ihr alle ein Busch sein? LOL. LOL. Die Buschwhackers. Okay Hören wir jetzt auch mal mit dem Quatsch Ich habe nicht eine wirklich gute Idee Was wir machen werden Wir gehen jetzt hier mal Zu Griff Also ich speichere hier nochmal ab So Jetzt wird es nämlich spannend Was wir machen wollen Ist folgendes Wo ist denn Griff nochmal Ist hier mit dem Kamera-Movement da So Passt mal auf Jetzt wird es richtig nice Wir geben ihm die Orange Er hat ja gesagt jemand hat mehr Orange Er weiß ja nicht dass wir wissen Dass er da drin was geschmuggelt hat Und deshalb geben wir ihm auch wirklich nur Die Orange zurück Was ist passiert Hä? Okay jetzt ist die Orange weg Aber warum Okay wenn man Offensichtlich wenn man das Ding da rausnimmt Ist die Orange weg Okay dann klappt das nicht Okay dann gucken wir mal Gucken wir mal was passiert Wenn wir jetzt mit ihm sprechen Einfach Dass du seine Orangen gefunden hast Oder genauer gesagt Seine Drudene Drudene You already know the terms Nothing else to say Spare the indignation And hand it over Now Gute Nacht sagen Nein Okay das war natürlich klar Ich wollte ja auch nur mal gucken Wie weit man so einen Dialog Auf die Spitze treiben kann Wir legen uns natürlich nicht Mit ihm an Sagen dass du seine Orangen gefunden hast Ihm sagen dass du seine Gewohnheit nicht unterstützt Good boy Looks like everything is accounted for Now the important question Who's the thief This Griff is nothing but a thug Don't give up Stingtail so easily I don't want Stingtail's blood on my hands Griff would kill a fellow over petty theft Giving up Stingtail is no better than murder Okay ihr seid also alle dagegen Dass ich den Dieb Raussnitsche Ja Wahrheit ist Wahrheit Spitzsterz Die Exe hat eure Sachen genommen Hm Manche Wahrheiten behält man besser für sich Er sieht aus wie Liam Neeson Tell me who you found them on Or you're gonna have to answer to me My knife And each one of my people And your little friend won't make it out alive neither Okay also es bleibt beim Kampf Gut Well 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 Wer ist denn da noch alles dabei Butter Rabenstein Griff Nadel Hilde Warum mischen die sich denn alle ein Okay das könnte schwierig werden Aber Es muss sein Erstmal buffen wir uns Bang Hinde Hinde Ja, ist klar. The hell. Okay, der rote Prinz ist dran. Shit, der ist auch noch dabei. The fuck, ey. Shit, okay, okay. Die sind ja schon alle tot fast, ey. Und wo ist die Heilung? Hagelschlag. Ich hatte doch Heilung gelernt mit ihr. Wo ist denn die Heilung? Ah, ich hab's nicht ausgerüstet. Oh Gott. Im Kampf kannst du keine... Ah, ich hätte das vorher machen müssen. Okay, das war ja dumm. Jetzt kann ich nicht heilen mit ihr. Ja gut, dann trinkst du halt einen Heiltrank. Und... Greifst ihn einfach an. Okay, er hat sich unsichtbar gemacht. Okay, wo ist jetzt Greif? Das ist natürlich doof. Der ist unsichtbar, ne? Ich kann den gar nicht angreifen jetzt, oder was? Oder liegt das an meiner... Dampfwolke hier. Ich seh' ich nicht. Hat gar das Kind gerufen? Hä, da hat doch grad jemand Schaden genommen. Sieben. Ach ne, das ist das Environment. Okay. Alter, das sind einfach so viele. Okay, dann kümmern wir uns erst mal... hinter uns. Hm. Hm. Alter, was geht denn hier bitte ab? Und hier ist schon jemand tot. Lose ist schon tot. Alter. Gift, Feuer. Das ist ja so mieses. Das konnte man ja nicht wissen, dass die da alle noch mit eingreifen. Er ist auch tot. Loll. Ja, gut, da kann ich eigentlich gleich neu laden, ey. Alle tot. Ja, okay, ich lad neu. Ist ja gut. Das ist aber happig, ey. Okay, okay. Also, zum einen müssen wir überhaupt erst mal hier... gucken, dass wir... Ja. Hier ist die Goods. Das, was du wollte. Got it? So? Das ist besser als mehr Ration, Stace. Nicht auswendig gelernt? Was heißt das? Hm. Perhaps if those bleeding dwarfs didn't eat so much. Aber ich glaube, ich packe den Kampf trotzdem nicht. Das ist ja viel zu schwer. Es sind einfach zu viele. Aber was ist denn... Hm. Alternative ist natürlich, den Typ zu verpetzen. Aber das ist eigentlich keine Alternative. Ansonsten könnten wir erst mal... Was ist denn hier? So. Könnten wir erst mal irgendwo... Wo kann man denn noch was leichteres machen? Ich bin ja hier quasi gefangen. Wie war ich, glaube ich? War ich hier schon? War ich noch gar nicht. Ach so, das war das Zelt hier. Ähm... Ich komme ja nirgendwo weiter, ehrlich gesagt. Geht's hier etwa rein? Ist das ein Bug? Guckt man denn da hoch? Ich habe eine Schatzkiste gefunden. Ich habe eine Schatzkiste gefunden. Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hoch? Da kommt man irgendwo. Da? Ah, von der anderen Seite. Von da. Hm. Aber zum Beispiel Questmarkierung. Nebora, das ist die Schmiedin. Bei der war ich doch schon. Ich verstehe das nicht. Aber die will doch nicht. Vielleicht spreche ich mal mit los. Wo ist das Öl? Ja, da ist immer das Gleiche hier. Höhlen-Eingang. Da war ich ja auch schon. Da ging es ja auch nicht weiter. Wobei die Frösche... Na gut. Da war ja das Loot, habe ich mir ja so ergaunert. Ja, vielleicht gibt es doch noch irgendwas da drin, was ich nicht gesehen habe. Fuck. Ja, du nicht. Aber du. Komm, Ratty. Erzähl mal was. Sag mal, alle Lizards riechen wie Orangas oder ist es nur dieser verrückte Mann mit dem... Okay, das war eigentlich tatsächlich ein Hinweis für die Quest, die die Ratte uns da gerade gegeben hat, ne? So, also... You're cheating! Go find a little one to bother. I take it. Back, evil ogre, or I'll get you with my sword. I'll spare you this time, Beast. You're really fun. Hey, I'm gonna hide somewhere in the cave and you come find me. Ready? Geiles Versteck. Okay, das macht es etwas schwerer. Oh, wow, you're really smart. I bet, you know what, I bet, you know what, I bet my best friend would really, really, really like you. Come, I know how to spell introduce. It's I-N-T-R-O-D-U-C-E. Hmm, my way is too small for you. You'll have to find another. Hope you brought a shovel. I've spotted something. Was geht denn jetzt ab? Ey, nicht da, hier. Nothing here. What? Okay, das ist ja nice. Jetzt habe ich hier einen Dungeon gefunden, nur weil ich Verstecken mit dem Kleinen gespielt habe. Mega gut. Uh-oh. Wither, das ist meine neue Freundin. Er ist wirklich smart. Du möchtest ihn sehr viel. Bitte, kleine Kindheit. Geh mir mit meinen Ruminations. Aber er ist wirklich nett. Und großartig. Vielleicht kann er sogar helfen mit dem Ding. Warum? Ein grown Freund? Du hast einen Adulten hier gebracht. Good, good gods. Can it be? Ah, your bag. And you brought... But, but who's this? You! Tell me true. Stand you with the Source Hunters, or do you serve the tyrant Bracchus Rex? It hasn't. The Wicked King? He's dead? Strange to think it's been so long since I've been trapped here. So long since I've seen a living soul. A Wicked King, it was. Bracchus Rex, by name. The Order of the Source Hunters discovered a great horror upon this prison isle, and I was sent to stop it. Yet, my failure was absolute. I am not fit to bear the insignia of the Source Hunters any longer. Please, good sir. You must free me. Prize this spear from my chest, where it has been stuck fast for the last thousand years. Seize the spear. End this degradation. I beg you. Ah, it's stuck fast. Please, good sir. The spear, seize it and pull. Ja, was soll ich ja machen? Ah, it's stuck fast. Der Zwerg. I've got it. Good sir. You've set my body free. Free to crumble to dust at last. But my spirit... Blast! I remain trapped in this moldering skeleton yet. That would I do. But there is strong magic at play here. I am bound still. Even as my body shall crumble, my very soul remains trapped in my bones. A spell most terrible. I have heard of such magic, but have never known anyone so foul as to employ it. Bracchus Rex, may maggots lace his entrails. After he interred me in this cell, he must have drawn my very soul away from me and stored it elsewhere in the fort. Thus, he has bound me entirely to the mundane realm. But I know this place well. I could lead you to its likely location. In turn, you would find a path straight out of this fort. My freedom for yours. What say you? Marvelous, my friend. Marvelous. You'll first have to get inside the fort itself. There's a secret switch on a statue of the seven in the courtyard. Surely you know it. The switch will open a hatch. And you'll be led into the prison main floor. I suspect that within Bracchus' phylactery room, you will find the container which ensnares my soul. He has likely disguised it well. But search there for another hidden switch. That's complicated. Bracchus would have made me a supplicant. A slave to these walls. With your help, I'll die. At last. With dignity. Fort Joy is a dangerous place, my friend. Dangerous indeed. Bracchus uses a arsenal of terrible weaponry, as yet unseen in our world. Da gibt's die Festung schon seit tausend Jahren. He and his researchers crafted punishments and snares, contrary to human dignity. Objects that could contain souls. Wands that could purge the very essence from sorcerers. My order would never have used such barbaric magic against our enemies. I was fully briefed about this awful place, before I came. My goal was to destroy the fiend who had been marshalling the world's most unwholesome weapons and magic into an army intended to use against the realm. I never thought I would become one of his victims. And yet, here I am. Okay, also das ist auf jeden Fall mal ne große Quest. Oh cool, ich hab ne Holzkiste aufgenommen. Wo ist die? Ich seh sie nicht mehr. Ah, aber ich hab den skeil, Alter. Ich hab den Speer. Finesse. Finesse. Geil. Mega nice. Welche Lose hat nen Zauberstab? Er hat den Bogen. Lieblingsbogen. Okay. 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 Gut. Also wir müssen zu der Statue. Da ist ein Schalter. So weit, so gut. So weit, so gut. Sollen wir jetzt trotzdem noch die? Komm, wir machen trotzdem noch die Frösche. Wir brauchen Erfahrungspunkte. Wir brauchen Erfahrungspunkte. So. Wer ist denn überhaupt dran? Mein Main-Guy macht erstmal wieder den Buff. Das nervt mich ein bisschen, dass der keine Ferne-Attacken hat. Granate kann ich natürlich werfen. Das nervt mich ein bisschen. Also. So. So. Fühlt auch alles irgendwie Splash-Damage. Aber gut. Jetzt ist Lose dran. Lose macht. Nein! Da stand doch sogar Weg... Ah, ich bin so schlecht. Okay. Das sind alles... Leute, das sind alles Erfahrungswerte. Alles Erfahrungswerte. Okay. Ziel ist zu weit entfernt, man. Okay, der Brosch kann sich offensichtlich beamen. Okay. Hm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das Problem an diesen ganzen Feuerzaubern ist, man kann die eigentlich gar nicht benutzen, weil immer auch die Nahkämpfer in der Nähe stehen und es dann auch abkriegen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Lose ist wieder dran. Wie sieht es, wie sieht es energie-technisch aus? Der rote Prinz hat... Der rote Prinz hat... Hä, der hat wieder volle Energie? Kriegt man volle Energie bei Levelaufstieg? Kriegt man volle Energie bei Levelaufstieg? Das ist ja nice. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist ja sehr gut zu wissen. Oh, ich kannishen. Boab. Oh, okay. Von da durch den Dampf, okay. Okay, jetzt ist der Rote Prinz dran. Ja komm, ich baller einfach zweimal auf den drauf, oder? Du machst Smash. Und nochmal. Oh Gott, das reicht ja nicht. Wieso ist der denn schon wieder dran? Alter. Was? Nochmal? Drei Schüsse? 36 Damage? The fuck? Oh oh, der ist gleich tot. Es wird eng für dich, fliehe wenn du kannst. Auf gar keinen Fall. Wo komm ich denn jetzt an den ran? Ich will ja durchs Gift latschen da. Okay. Lose. Das hat er überlebt. Okay, dann. Ja schön, dass der Zwerg auch noch mitkämpft. Ganz ehrlich, ey. Nicht durchs Gift, nicht durchs Gift. Ja, come on. Wie lang braucht er auch, warum ist er nicht dran? Einfach, der muss auch mal dran sein, der Rote Prinz, ey. Trottelprinz, ey. Prinz Waljung ist das. Die Bitsch, lebt immer noch. Sie hat nichts, was mit zwei AP geht, oder was? Improvisierter Stab. Zwei AP, das müsste doch gehen. Ich bin zu weit weg, oder was? Hm. Na gut, Sperrboy ist ja als nächstes dran. Sollte ja nichts mehr schief gehen. Sollte ja nichts mehr schief gehen. Was passiert hier? So. Kommt mal hierher. Wir sammeln uns mal. Und kuscheln uns alle mal hier auf so einem Schlafsack. Herr Prinz! Wenn Sie vielleicht auch kommen möchten. Kommt einfach nicht. Können wir die looten? Ach, wie geil. Klar, die tragen ein Hemd. Mit Zwiebeln. Was ist denn das? Gepeinigte Seele. Wenn du dir diesen Schädel ans hältst, kannst du ein leises, schrecklich ans Ohr wahrscheinlich. Weg langer. Es wurde eine Seele umfacht. Improvisierter Stab. Oh, der Prinz. Wieso ist der Prinz fast tot? Ganz Erfolg. So. So, dann haben wir noch da unten den. Geladene Amphibie. Immer noch elektrisch geladen. Schriftrolle der Beschleunigung. Erzeugt den Statuseffekt. Beschleunigt beim Zielcharakter. Beschleunigt. Erhöht das Bewegungstempo um zwei Meter vor. Ist das stumpfer Morgenstern? Ach nee, das war hier nicht noch einer? Nee, der ist ja dann... Warte mal, waren es nicht vier Frische? Waren es nur drei? Eins? Nee, es waren nur drei, oder? Waren es vier? Nee, es waren nur drei. Der? Der? Manni? Da ist nichts. So. Ja, alles nochmal. Oh, was ist denn da? Feines, eine Ziertruhe. Ja, da schau her. Aber wie kommen wir da hin? Nicht erreichbar. Da muss ich hin. Aber wie kommt man denn da hin? Telekinese? Crash Override. Ja, ich lese es. Telekinese habe ich nicht. Aber kann ich mir jetzt geben, weil ich ja noch Level-Ups habe. Teleport-Skill. Wo kriegt man den her? Ist hier noch irgendein Weg? Ich sehe sonst keinen. Irgendwas kaputt machen auch nicht. Ich sehe sonst keinen. ich schätze noch verbrauchen wir telekinesi telekinesi ok erstmal checken wir erst mal speichern dann gucken wir was hier überhaupt level okay also erstmal unser magier dann haben wir hier noch geobond wir sind ja eigentlich ein pyrokinet der könnte eigentlich auch noch ein beschwörer werden ehrlich gesagt oder macht das keinen sinn ja Polymorph. Tja, ich glaube Geomant, Gift und Erdschaden. Hm, was sagt ihr in Chat? Ich gehe um Wand auch noch hoch, oder? Wir können das später angeblich ja umgehen. So, jetzt können wir uns hier noch eine Fähigkeit nehmen. So, jetzt können wir die Fähigkeit nehmen. So, jetzt können wir die Fähigkeit nehmen. Das finde ich nicht schlecht. Steh auf, München. So, jetzt können wir die Fähigkeit nehmen. So, jetzt können wir die Fähigkeit nehmen. Das ist auch nicht schlecht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Sollen wir ihm Telekinese einfach dann geben? So, komm. Er ist ja unser Zauberer. So. So. Was ist eigentlich mein Main-Typ für einer? So richtig schlau werde ich aus dem noch nicht, was ich eigentlich mit dem vorhabe. Kriegführung. Physische Schaden. Zweihändig. 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 Füge deiner magischen Rüstung. 35% jegliche Heilung hinzu, die du durch Fertigkeiten oder Verbrauchsgüter erhältst. Also jedes Mal, wenn ich mich heile, kriege ich 35% davon auf meine Heilung, äh, auf meine Rüstung. Sehe ich das richtig? Ist eigentlich ganz gut lebende Rüstung, glaube ich. Das blühende Leben. So. 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 Henker sagt dir, Henker gewährt dir einmal pro Runde nach einem tödlichen Hieb zwei Aktionspunkte zusätzlich. Aber was heißt ein tödlicher Hieb? Also wenn ich einen umbringe, habe ich danach nochmal zwei Aktionspunkte. Das heißt, es wird nur geprockt, wenn ich jemanden töte halt. Ist halt die Frage, wie oft er wirklich der Finisher ist, ne? Sehe ich bei dem noch nicht so. Dafür ist der ein bisschen zu langsam. Hm. Steh auf, Männchen. Oder? Oder das hier. Was ein Rausch. Wenn es mir schlecht geht, kann ich mehr machen. Das finde ich gut. So. Und dann pumpen wir noch in Stärke und Konstitution. So. Dann haben wir den Zwerg. Der im Prinzip auch. Welches ist der Wert, dass er sich schneller bewegt im Kampf? Initiative, ne? Verstand also. Alles. 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 Das ist auch nicht schlecht. Kriegsführung... Oh man, das ist immer so krass bei so Spielen, ne? Irgendwie klingt das alles super gut. Man will es halt alles eigentlich haben. Kann mich überhaupt nicht entscheiden. Gestank... ... 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 Wenn ich jetzt bei ihm auch Glücksbringer mache, ich habe ja bei ihr auch schon Glücksbringer, zählt es dann als 2 oder was bringt es, wenn 2 auf Level 1 haben? Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil warum sollte ich jetzt noch jemand anderem Glücksbringer machen, wenn sich das eh auf die ganze Party überträgt? Also überträgt es sich doch nicht, es ist dann nur auf... Zählt immer nur das höchste Level, der der öffnet muss Glücksbringer haben, nur der der öffnet, also da widersprecht ihr euch ehrlich gesagt ein bisschen im Chat, die einen sagen es egal wer es hat, Hauptsache einer hat es, andere sagen nur der 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 es hat darf öffnen. Ihr seht es ja selbst im Chat, jeder sagt was anderes. Es ist egal wer es hat, nur der höchste zählt. Okay, ich bleibe trotzdem bei ihr, ich scale es nur bei einem hoch. Bei ihm... würde ich tatsächlich... der hat Dieberei... Er ist unser super Telekinese-Mann. So, haben wir jetzt alle... Ne, sie noch. Sie ist ja unsere Magierin, da pumpen wir erstmal alles in Intelligenz, würde ich sagen. Oder in Gedächtnis, macht natürlich auch Sinn. So. Außerdem ist sie ja unsere Hydrosoph. Und... Hier sind wir wieder beim Thema. Steh auf, Männchen. Sie ist ja unsere Heilerin. So. Wir müssen sie schützen. Wir sehen auch, sie hat noch überhaupt keine geilen Items. Da muss ich mich jetzt auch mal gleich... beziehungsweise als nächstes drum kümmern, dass sie mal gescheite Items kriegt. Waffen sind soweit okay bei ihr. Hat sie noch... den Gurkenstab. Aber wir haben hier auch nicht improvisierter Stab. Das ist natürlich auch alles Schrott. Improvisierter Stab, Feuer. Das können sie auf jeden Fall ein bisschen mehr... So. So viel zu den Level-Ups. Könnt ihr mal sehen, wie lang das dauert. Okay. Und jetzt nehme ich den Zwerg. Das wird hier noch die glorreiche letzte Tat. Achtung. Und der kann doch jetzt... Wie mache ich denn jetzt, Telekinese? Aufheben. So. Zack. Lol. Wo ist denn jetzt die Kiste? Da. So. Schriftrolle der Regeneration. Giftflasche. Naja. Okay. Aber mit ihm können wir jetzt vielleicht auch noch die andere... holen. Und hier war dann noch eine Kiste, an die ich nicht rangekommen bin. Wo war denn das nochmal? Die habe ich mir doch sogar... Die habe ich mir doch sogar... Ach nee. Das war... War das denn nochmal? Habe ich mir das nicht markiert? Hier. Nicht durchs Gift. Ist die Frage, ob das reicht. Nicht erreichbar. Siehst du? Ist zu weit weg. Obwohl der Telekinese 3 hat... 12 Meter. Das ist mehr als 12 Meter, sagt ihr. Wie kann man denn sehen, wie weit etwas weg ist? Wie kann man denn sehen, wie weit etwas weg ist? Shit. Mehr komme ich nicht ran. Das ist zu weit weg. Tja, ärgerlich. Schade, schade, Pupade. Aber gut. Was für... Ja. Ja. Danke. Wo ist meine Belohnung? So. Da ist es nicht lang her mit der... ...Nettigkeit. So. Hat der noch geilen Scheiß? Aha. Der hat auch geilen Scheiß hier. Kalias Betäuber. Ich brauche einen Zauberstab. Magischer Zauberstab der Natur. Nee, es geht ja um sie. Sechs bis sieben Gift. Sechs bis sieben Wasser. Ich bin hier. Aber ich bin hier. Ich bin hier. Fertigkeitenbuch, die Rüstungskünste, die Rüstungskünste. Ich glaube, ich muss hier nochmal klauen. Kann ich hier nochmal klauen? Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, der kann das gar nicht. Ist das Schlossknacken 1 erforderlich? Okay. State your business. Du hast dieses Ziel bereits bestohlen. Kann noch jemand stehlen? Gut, dann müssen wir wohl kaufen. Das sehe ich ja eigentlich gar nicht ein. Wenn ich den kille, kriege ich dann alle seine Waren, die er gerade auch verkaufen würde? Ötz, haha, 1990. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vielen Dank für deinen Prime-Sub. Okay, ihr sagt nein. Gut, dann... Ihr sagt mir durch die Blume, ich soll normal handeln mit dem. I don't like it. Was wollen wir denn? Wir wollen die Lederrüstung. Gib mir deine Lederrüstung, deinen Schuppenhelm, deine bronze Schuppenhose und die Kinderhandschuhe und den unverzierten Gürtel. Ja, klauen kann ich nicht mehr. Ich habe den schon beklaut. 718. Das ist fast meine ganze Kohle. Das kann ich nicht machen, ey. Was ist denn eigentlich das für ein Stab? Improvisierter Stab. Neun bis zehn. Ist der nicht besser als der, auch wenn der grün ist? Sechs bis sieben Wasser. Die stehen eigentlich besser. Welcher Stab ist denn gut für meine Heilerin? Keiner, ne? Eigentlich. Welchen Stab hat er denn? Achso, er benutzt ja immer noch den Bogen. Keiner, nein? Feiner, nein? Oh, das ist so toll! Ich bin ganzquiera. Ist das ein einhändiger Stab eigentlich? Ja, ne? Was gibt's denn da für verschlissene Kleidung, die Bücher, kann ich die ganzen Bücher eigentlich auch wieder verkaufen? Habt ihr alle gelesen? Ja. Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 Das könnten wir noch verkaufen Fertigkeitsbücher sollte man wahrscheinlich besser behalten, auch wenn ich kein Polymorph habe Das ist eigentlich ein bisschen Quatsch, man wird sie wahrscheinlich nicht benutzen Ah okay, der Stab, den ich hier ausgewählt habe, ist zweihändig Warum steht das denn nirgends wo? Dann kann Aber für die Heilerin kann ich das Schild, den Schild und den Zauberstab Dann habe ich kein Geld mehr Hm Stab ist zweihändig, Zauberstab ist einhändig Okay 180 So, fuck it, ich kaufe das jetzt Ich will die gut ausgrößern, wir müssen halt ein bisschen klauen So Zack It is wie it is So, jetzt können wir die aber wenigstens gut ausstatten Also du kriegst den Schild Und Deinen neuen Stab Geil Außerdem Deine Rüstung Und Den Helm Die Hose Äh, was ist denn hier Hose Da Da ist die Hose Und die Handschuhe So, und du kriegst Ich bin hier für dich gekauft Da Dein Feuerstab Ist ja ein Pyromant So So Nehme ich Einen Gürtel Habe ich auch noch Nee So Ah, der Zwerg braucht eigentlich auch noch Sachen Immerhin hat er Schuhe Okay Okay Jetzt habe ich natürlich den geilen Bogen Den gerade keiner benutzt Aber ist ja halt so, ne Muss ja nicht Und hier habe ich da auch noch ganz viel Kram Den ich verkaufen kann Wow Wo sind denn die ganzen Sachen So 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 Nee, das ist ja dumm Zeig doch einfach direkt, was die anderen auch haben Okay Aber so 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 wenigstens bisschen geld wieder oh Gott wie ich sowas liebe Leute looten und leveln und ausrüsten und besser werden toll 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 so achso das ist innerhalb der Höhle würde ich sagen krokodil ok das ist dann sozusagen weißt du was immer nervig ist bei so Spielen wenn man gerade viel Geld in einem Shop ausgegeben hat und sich irgendwie krasse Ausrüstung gekauft hat krass verbessert hat dann geht man in Dungeon und in der ersten Schatzkiste ist schon was geileres oder was man gerade für viel Geld gekauft hat wer kennt es nicht müsste das Spiel ganz durchspielen fragt hier Superstadtfeld kann ich ehrlich gesagt nicht sagen also ich werde es auf jeden Fall jetzt erstmal zocken solange es mir Spaß macht ich werde natürlich auch noch andere Sachen hier auf dem Kanal machen aber momentan bin ich hoch motiviert und habe richtig Bock drauf aber ich kann es natürlich nicht garantieren wenn das Spiel 200 Stunden geht dass die Motivation durchgehend so hoch ist oder so aber ja ach du Scheiße da bin ich direkt ins Krokodilnest gelaufen aber ich habe Bock auf jeden Fall das kann ich schon mal sagen Achtung wir haben hier schon direkt Action so was kann er denn er kann ja wirklich nichts im Nahkampf das ist ja wirklich ein Problem er macht sowieso erstmal den Buff und ansonsten vielleicht einfach mal hierhin positionieren ah ja klar die Krokodile können Felsen werfen das ist unser Johnny Zwerg der muss natürlich nah ran so weit kommt der gar nicht Ziel ist zu weit lenkt mich am Arsch was ist wenn ich kann ich mir Telekinese aufheben äh ja nicht nicht so aufheben natürlich äh ne mit ja genau ja genau das war gut okay weil jetzt mal was ausprobieren hier da ist noch eins und jetzt kommt nämlich unser Pyro man hat nicht genug Reichweite aufHand oh okay guys oh wie oh 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 that oh 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 Bähm. Nice. Gift kriegt er auch noch auf den Sack. Schön. Reicht natürlich nicht. Was heißt denn deinen Zug verzögern? Ist das dann auch... Ist man dann defensiv gestärkt, so wie bei XCOM oder so? Was ist das? So, einfach drauf, Soldat. Ist auch sehr schön hier durch den Feuer, durch den Feuer, durch das Feuer, kommt das andere Krokodil nicht ran. Das finde ich super. Unsere Magierin könnte, was ist denn das eigentlich? Schildo. Stellt die Füße mal, was ist denn das Schildo? Sie kann eigentlich einfach draufhauen. Da ist ja eh fast tot. Und versteinert ist er auch. Zack. Jetzt ist er nix mehr. Ja klar, der kann sich natürlich teleportieren. Wir sollten uns anders aufteilen. Ähm. Aber wie? Unser Magier ist dran. Der steht da eigentlich schon ganz gut. Stopp, das mag ich jetzt. Hä? Wie soll das gar nichts gemacht? Shit. Ich musste diese Lücke da schließen, dass wir hier alles schön in Feuer haben. Guck, der kommt nicht durch. Doch. Aber nur, indem er Schaden nimmt. Ei, ei, ei. Das hat aber keine Angriffspunkte mehr gehabt. Okay. Okay. Stab, boy. So, einfach Standardangriff. Und er kann noch angreifen. Guck dir das an. Und nochmal angreifen. Hier, unsere Heilerin. Guckt's euch an. So, kaputtes Krokodil. Ja. Und jetzt geh ich noch. Was? Gelegenheitsangriff? The fuck? Okay. Unser Magier. Okay. 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 Das war's für heute. Wenn ich jetzt... Er ist schockiert. Sind wir das nicht alle ein bisschen? Alter, was ist ein Space-Kokodil hier? Das war schon dein Move. Your Move, Creep. Great success! Yes! Leute! Das war doch gut. Das war doch gut. Siehst du, das meine ich. Jetzt gibt's hier natürlich die Handschuhe der Teleportation. Nicht, dass ich mich nicht freue. Ich hab nur gerade sauteure Handschuhe gekauft. Okay, aber Handschuhe der Teleportation, das klingt ganz nice. Die haben alle ihre eigenen Taschen, oder was? Müsst ihr das nicht alles... Irgendwie alles zusammen? Nicht Gruppe anzunehmen. So. Moment. Wo ist denn jetzt das Geld? Ist das schon da reingerechnet? Ich hatte doch schon vorher. Was wollte ich? Ach ja, die Handschuhe. Wo sind die denn? Da. Handschuhe der Teleportation. Nice. Dann kriegst du... Die Handschuhe, die alten. Ist ein bisschen unübersicht hier mit den verschiedenen Taschen. Ich check's nicht so ganz. Ich dachte, die sind alle... Wir teilen uns einen. 50. Ah, so. Das sind auch natürlich. Das sind die Sachen, die die... Okay, das muss man natürlich schon smart aufteilen. Das sind auch die Sachen, die sie dann am Gürtel haben. Okay. 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 Wo sehe ich eigentlich die Erfahrungspunkte? Hier. 10.000. Nächste Stufe. Das ist ja krass. Ich brauche nochmal so viel, wie ich insgesamt schon gemacht habe. Naja, okay. Ähm... Ähm... So. Magila! 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 Das blutverschmierte Tagebuch. Wenn die Gerüchte stimmen, bin ich reich wie ein Uralter. Von königlichen Katakomben ist wohl nicht weniger zu erwarten. Sogar dann, wenn sie auf einer Gefängnisinsel liegen. Wenn das Silberschluchtgefängnis irgendein Maßstab ist, kommt man da wohl so einfach raus wie rein. Sie nehmen ja heutzutage jeden Quellenmachier. Den kann man ohne weiteres simulieren. Angenommen, ich habe auch gleich den richtigen gefunden. Ne, angekommen. Ich habe auch gleich den richtigen gefunden. Er behauptet, einen Teleportationszauber zu kennen. Den kann ich einfach klauen. Ich musste nur behaupten, dass ich mit dem Kerl flüchten will. Natürlich fällt mir nicht ein, einen Fremden zu all dem Gold zu führen. So nah, ich kann es fast riechen. Die Katakomben müssten direkt vor dem Gefängnis liegen. Wenn man Barbera Glauben schenken kann. Ihre Karte ist mein Freibrief. Ich kann das Gold schon sehen, wenn ich die Augen schließe. Okay. Die Katakomben. Das ist Beweismittel. Eingeweide. Ich will das nicht. Essen. Oh. Erkrankt. Zwergenskelett. Okay. Huch, was ist das? Ein Korb. Nun. Okay. Das ist die Gang. Der Hut ist immer noch viel zu krass, ey. So, wir speichern ab. Wir speichern ab. Nichts hält mich am Boden. So, Leute. Das war's für heute, wa? Onkel Eder hat schon wieder länger gemacht, als er eigentlich wollte. Aber das Spiel hat mich echt an den Eiern, muss ich sagen. Das macht mir richtig Spaß. Ich bin raus. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen. Gute Nacht. Bleibt gesund. Bleibt glücklich. Tschüss. Tschüss.